Moinsen Leute und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und ihr seht schon hier unbekannte unbekannte Gegend wo sind wir auf was für einem Server sind wir hier wir sind nicht ein Singleplayer nein wir sind auf einem Server meine Freunde und zwar hier also ihr seht schon ist ein Server und ihr seht schon hier auf herzlich willkommen auf dem Community Server das ist ein Server von mir und meinen Freunden haben wir uns gekauft um so ein kleines Bauprojekt ihr kennt sicher Minecraft Leben das ist so ein bisschen in dem Style von Minecraft Leben gehalten also das heißt ihr könnt bauen also naja was heißt im Streifen Minecraft Leben es ist wie gesagt ein Bauprojekt und ihr müsst nicht so mittelalterliche Häuser bauen sondern ihr könnt alle Häuser bauen die ihr wollt also modern mittelalterlich also was ihr wollt und es gibt also ich verlose sag ich mal Wildcards also ist mit Whitelist und es ganz auch ein bisschen anders Bauprojekt ans Community Projekt oder YouTube Minecraft Hero und zwar es ist mit zwei Städten genauer Details sage ich jetzt mal noch nicht dazu aber ist mit zwei Städten und also Beispiel statt blau oder keine Ahnung so halt und ja wenn ihr auf dem Server mitzocken wollt dann schreibt mir eure Minecraft Namen unten in die Kommentare und schreibt mir dazu warum ihr dann gerne mitzocken wollt auf dem Server und dabei sein wollt der Server hat insgesamt 16 Slots das macht aber in dem Sinne nicht ich kann natürlich mehr Leute Whitelisten es können halt wie gesagt nur maximal 16 Leute auf einmal auf dem Server drauf ja okay das war es jetzt auch schon wieder mit dem kleinen Video ihr seht ihr schon hier oben Community Bauprojekt herzlich willkommen und ja wenn ihr wollt wie gesagt seht ihr einen Ingen Namen unten in die Kommentare und warum ihr gerne hier mit drauf zocken wollt und ja dann würde ich sagen das war es auch schon mit einem kleinen Ankündigungsvideo und ja vergesst nicht zu abonnieren und ein Like da zu lassen ne Spaß beiseite das war es mit dem Video und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei einem neuen Video bis dann Leute ciao